Striker ist definitiv eines dieser Unternehmen, das in einem exponentiell wachsenden Markt unterwegs ist und jetzt schon sehr gut dasteht. Ist das Unternehmen deswegen jetzt ein Kauf? Das Ganze schauen wir uns jetzt in diesem Video an und dabei wünsche ich dir sehr viel Spaß. Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Joshua Halter. Ich bin Börsenhändler und angehender zertifizierter Investmentfondsmanager und betreue Unternehmer, Selbstständige und viel Beschäftigte dabei, das Beste aus ihren Aktien herauszuholen und das bei möglichst wenig Zeitaufwand. Alle Infos dazu findest du auch gerne auf unserer Webseite. Und wir starten in dieses Video direkt rein mit einem Blick auf den langfristigen Chart dieser Aktie. Und was man sehr gut sehen kann, seit 2013 hat die Aktie stolze 559% Rendite gemacht und hat damit den Vergleichsindex, den S&P 500, nicht nur outperformed, sondern fast doppelt so viel Rendite gemacht wie der Vergleichsindex S&P 500 im gleichen Zeitraum. Und auch der S&P 500 ist ja in der Vergangenheit wirklich sehr, sehr gut gelaufen. Das ist ein Index, mit dem hat man, wenn man dort investiert ist, nicht die schlechteste Rendite gemacht. Striker hat allerdings hier nochmal ordentlich eins drauf gesetzt und so wurden aus 10.000 investierten Euro glatte 55.935 Euro für alle, die seit 2013 in die Aktie investiert waren. Und jeder durfte sich dabei über 17,06% Rendite pro Jahr freuen. Und es zeigt auch einmal mehr, dass ein gut ausgewählter Korb an Aktien definitiv das Zeug dazu hat, den Markt langfristig outzuperformen. Diese Outperformance, die wir hier sehen können in der Striker-Aktie, die ist langfristig hier. Die beginnt im Jahr 2013 und in dieser Zeit lag die kumulierte Rendite niemals unter dem des S&P 500. Wenn wir schon über Märkte sprechen, schauen wir uns direkt mal den Vergleichsmarkt an, den direkten Vergleichsmarkt. Hier im Markt mit dem MSCI World Healthcare Index. Auch der, wenn wir uns das Ganze in einem kürzeren Zeitraum mal ein bisschen anschauen, seit 2020 zeigt sich Striker auch hier sehr renditestark. Seit 2020 wurde auch der Vergleich, der direkte Vergleichsindex, der Vergleichsmarkt wurde hier auch outperformed. Und das Gleiche gilt für die allermeisten Mitbewerber, die in diesem Vergleichsmarkt unterwegs sind. Wenn wir uns die Renditen der größten Mitbewerber von Striker einmal im Vergleich anschauen, dann sehen wir, dass tatsächlich seit 2020 nur die Aktie von Boston Scientific Striker hier nachhaltig outperformed hat. Alle anderen Aktien hier von Johnson & Johnson, Medtronic oder auch Zimmer Biomed sind in der Zeit nicht nur seitwärts gelaufen, sondern haben teilweise auch einiges an Rendite hier abgegeben, wie es zum Beispiel bei Zimmer Biomed gewesen ist oder auch bei Medtronic, die in der Vergangenheit relativ stark auch unterwegs gewesen ist, allerdings die Performance auch nicht mehr halten konnte. Und Johnson & Johnson im Prinzip hier seit 2020 im Prinzip einfach nur gleichmäßig gelaufen ist. Das heißt, Striker gehört hier schon zu einem der Rendite-Champions in diesem Gesamtmarkt. Und wir schauen uns natürlich jetzt genau an, warum das so ist und ob die Aktie auch jetzt noch ein Kaufgrund ist. Was macht Striker eigentlich? Striker ist ein Hersteller für medizinische Technologie und Geräte und das vor allem auch für orthopädische, chirurgische und neurotechnologische Produkte. Die Produktpalette von Striker ist relativ breit diversifiziert, was das Unternehmen natürlich auch sehr attraktiv macht für dich als Investor, für dich als Anleger. Denn alleine die Medizintechnologie und die medizinischen, orthopädischen Geräte machen nur einen kleinen Teil des Umsatzes aus. Der große, große Wachstumsmarkt und das große Patent von Striker ist die robotergestützte Chirurgie. Und hier vor allem auch zu nennen die Marco Smart Robotics Plattform. Da kommen wir gleich nochmal ganz kurz drauf zu sprechen. Das ist im Prinzip eine Plattform für präzise und minimalinvasive Eingriffe für orthopädische Operationen, die nicht nur den Anspruch hat, die menschliche Fehlerquote aus dem OP-Bereich deutlich zu minimieren, sondern das tatsächlich auch schon relativ gut umsetzen kann, solange man hier den eigenen unternehmensspezifischen Angaben Glauben schenken darf. Daneben vertreibt Striker allerdings auch noch alle möglichen medizinischen Geräte des täglichen Bedarfs für seine Krankenhausausrüstung. Beispielsweise medizinische Betten, aber auch klassische medizinische Geräte, wie zum Beispiel OP-Besteck oder auch technisches OP-Zubehör. Die Marktstärke von Striker ist mittlerweile auf einem Niveau angekommen, in dem viele, viele Dinge der täglichen Versorgung von Striker für Krankenhäuser unerlässlich sind. Man muss dazu fairerweise allerdings auch sagen, dass es einige nicht börsengelistete Unternehmen hier auch aus dem deutschen Raum gibt, die zur direkten Konkurrenz von Striker gehören. Der Marktanteil von Striker liegt allerdings aktuell deutlich über den anderer nicht börsengelisteter Mitwettbewerber. Und das liegt vor allem auch an einem kompetenten und visionären Management. Schauen wir uns das Management einmal ganz kurz an. CEO ist aktuell Kevin Lobo, der das Unternehmen seit mehreren Jahren führt und das auch sehr erfolgreich führt. Und das zeigt sich in erster Linie natürlich auch durch die Umsatz- und Gewinnentwicklung. Wenn wir da mal einen kurzen Blick drauf werfen, sehen wir im Prinzip eine relativ gerade Umsatzentwicklung. Es gab hier einen Dip in 2020, das ist der Corona-Dip. Aber seitdem wächst der Umsatz Jahr für Jahr immer weiter und auch die Gewinnmarge kommt mittlerweile auch wieder in ein relativ gesundes Niveau zurück. Nachdem sie nach 2018 hier so ein bisschen abgefallen ist, kommt sie langsam wieder auf das Niveau von 2009 zurück. Was im Prinzip allerdings auch nur bedeutet, dass hier sehr viele Investitionen gemacht worden sind. Das heißt, hier viel Gewinn, hier viel Cashflow aus dem Unternehmen herausgenommen wurde, um es nochmal in das eigene Wachstum, das eigene Umsatzwachstum hier voranzutreiben. Und vor allem Umsatztechnik auch deutlich besser läuft als bei der breiten Konkurrenz. Das kann man hier zum Beispiel an dieser Grafik sehen, indem wir hier einmal die Umsatzstabilität von Striker berechnet haben und das gleiche dann einmal gegen den Mid-Tech-Average-Industrial-Average-Index gerechnet haben, gelegt haben. Und das zeigt im Prinzip, dass die Umsatzstabilität hier im Branchenvergleich überdurchschnittlich ist. Striker hier also deutlich überdurchschnittlich stabilere Umsätze einfährt als die Konkurrenz im gleichen Vergleichszeitraum. Und das ist eine relativ kluge, aber gleichzeitig auch sehr aggressive Strategie, auf die wir gleich nochmal in der Risikobewertung zu sprechen kommen werden. Und vor allem auch, wenn wir uns die Finanzlage des Unternehmens gleich mal anschauen. Das ist eine quantitative Auflistung der Management-Kompetenzbewertung im Vergleich zum Index. Das sind Daten, die wir uns von einer externen Quelle einkaufen, allerdings das Ganze viel greifbarer machen, um einfach zu zeigen, gibt es hier wirklich eine große Kompetenz, eine große wahrgenommene Kompetenz dieses Unternehmens, dieses Managements, weil auch das dafür sorgt, dass Aktienkurse stabil verlaufen. Denn viele Großaktionäre legen ganz, ganz starken Wert darauf, dass das Unternehmen kompetent geführt wird. Das ist natürlich auch nur logisch. Und deswegen ist diese Grafik hier besonders wichtig und hier kannst du im Prinzip auch sehr gut sehen, dass das Management von Striker im Durchschnitt als kompetenter wahrgenommen wird, als der Durchschnitt der Management-Positionen im S&P 500, also im Vergleichsindex, im Heimatindex. Wie schauen denn jetzt die Wachstumschancen aus? Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen. Der Markt an sich ist ein Multimilliardenmarkt, ein Markt mit großer, großer Zukunft. Und es liegt vor allem natürlich auch an der massiv steigenden Lebenserwartung auf allen Kontinenten weltweit. Und das ist eine Grafik von Statista, die ich dazu gefunden habe und die ich wirklich sehr interessant finde. Denn gerade in Nordamerika ist nämlich, und das ist der Heimatmarkt von Striker, der große, große Heimatmarkt, in dem auch sehr viel Umsatz fließt in das Unternehmen, gerade in Nordamerika ist die Lebenserwartung hier nochmal deutlich angestiegen in den vergangenen Jahren. Und im Durchschnitt wird der Nordamerikaner mittlerweile bis zu 80 Jahre alt. Und die Prognose geht davon aus, dass das Ganze in 70 Jahren nochmal im Durchschnitt um 10 Jahre anwachsen wird. Und das bedeutet nicht nur für die Pharmaindustrie ein planbares Wachstum über die nächsten Jahre im Milliardenbereich, sondern natürlich auch für die Ausstatter von Krankenhäusern und für alle anderen Ausstatter rund um das Thema Gesundheit, rund um das Thema Healthcare generell. Daher gehen die meisten Ökonomen auch davon aus, dass der Markt in den nächsten fünf Jahren im Schnitt um 5,6 Prozent pro Jahr wachsen wird. Von einem Marktvolumen von aktuell 635 Millionen US-Dollar hin zu 834 Millionen US-Dollar. Rein was die medizinischen Geräte, die medizinischen Versorgungsgeräte angeht. Und daher gehen viele Wirtschaftsprüfer und Analysten auch davon aus, dass wir dieses Wachstum bei Striker ebenfalls sehen werden. Wenn wir uns dazu einmal die erwartete Profitmarge für dieses Geschäftsjahr und für das kommende Geschäftsjahr 2025 einmal anschauen, dann sehen wir auch hier, dass die Profitmarge von Striker innerhalb des Konzerns aufgrund des guten Managements hier auch nochmal deutlich ansteigen soll. Der Umsatz soll zwar immer noch stabil wachsen, weiter anwachsen, allerdings nicht mehr in diesem großen Ausmaß, wie wir es jetzt zuletzt gesehen haben. Und das liegt vor allem auch am Marktumfeld, wenn wir uns jetzt einmal kurz die Risikoseite des Unternehmens anschauen. Denn ein Großteil des Umsatzes von Striker, ich hatte es eben schon mal kurz gesagt, wird in den USA gemacht. Auf dem Markt, der in der Zukunft natürlich mit einer der interessantesten sein wird, auf dem Bereich der Medizintechnologie, dennoch ist der Anteil des US-Umsatzes im Vergleich zu anderen Ländern, zu anderen Ländern international hier sehr, sehr hoch. Und das ist natürlich ein klares Marktrisiko, das Striker hier eingeht, im Bereich dieses riskanten, aggressiven Marktwachstums, das wir eben schon mal besprochen haben. Und das ist natürlich eine der großen Risikofaktoren, gerade wenn wir in den USA möglicherweise in den kommenden Jahren eine Rezession sehen könnten, dann ist natürlich Striker hier ganz stark davon betroffen. Das bedeutet, hier haben wir es im Prinzip dann doch mit einem sehr zyklischen Unternehmen zu tun, denn diese Umsatzverteilung, diese Konzentration auf den reinen US-Heimatmarkt birgt ein sehr hohes Risiko, wie wir jetzt gerade besprochen haben. Natürlich kommen dazu auch noch andere klare Risiken, die aber auch jeden anderen Marktteilnehmer betreffen. Trotzdem darf das nicht unerwähnt lassen, dass regulatorische Risiken und Compliance-Anforderungen hier immer und immer wieder auch dazu führen können, dass vielleicht das ein oder andere Produkt nochmal vom Markt genommen werden muss und es da vielleicht zu Rückholaktionen kommen könnte. Natürlich ist auch die Abhängigkeit von Lieferketten und die hohen Ausgaben für Forschung und Entwicklung von Striker, um eben im Marktwettbewerb, in der Marktbewegung immer up-to-date zu sein, ein großer, großer Risikofaktor. Denn dieser Markt, der Medizintechnologie-Markt, lebt einzig und allein von Weiterentwicklungen. Die Konkurrenz schläft niemals und gerade in diesem Markt, der so heiß umkämpft ist wie der Markt der Medizintechnik, sind die korrekten Ausgaben und die richtigen Entwicklungen von Forschung und Entwicklung in der Produktpalette entscheidend für das Marktwachstum. Und ein Beispiel dafür, darüber haben wir eben schon gesprochen, ist die Smart-Robotik-Plattform Mako, die zwar auf der einen Seite einen ganz klaren Wettbewerbsvorteil schafft, auf der anderen Seite natürlich auch direkt Nachahmer und vielleicht auch Preis- und Konkurrenzdruck erzeugen kann. Denn dort, wo es einen First-Mover am Markt gibt, gibt es natürlich auch immer wieder Nachahmer, die das gleiche Produkt möglicherweise zu kostengünstigeren Konditionen anbieten könnten, um eben Kunden anzulocken und um so einen Preiskampf am Markt zu erzeugen. Und daher sind die Ausgaben für Forschung und Entwicklung im Medizintechnologie-Bereich so wichtig, damit das Unternehmen den Wettbewerbsvorsprung allein auf technologischer Seite, auf der Nutzen-Seite, klar behalten kann. Das muss auf jeden Fall immer beachtet werden in der Risikobetrachtung, natürlich auch genauso wie den Bereich Finanzen. Wenn wir uns die Bilanz einmal ganz grob anschauen, ich hatte es eben schon mal kurz angeteasert, dann zeigt die eine sehr aggressive Wachstumsstrategie, die vor allem durch Fremdkapital und Akquisition vorangebracht wird. Das Unternehmen ist rein finanziell sehr solide aufgestellt. Die hohen Goodwill-Werte und die steigende Verschuldung wirken allerdings aber auch mögliche Risiken auf der Seite, die man als Aktionär eben auch ganz kleinen Blick behalten muss. Und wenn wir einmal einen ganz kurzen Blick in unsere Aktienanalyse hier werfen, die wir für unsere Kunden erstellen, du kannst dir diese Analyse übrigens auch hier unter dem Video herunterladen, den Link findest du einmal hier eingeblendet, dann gehen wir einmal ganz kurz die gröbsten Kennzahlen der Rentabilität so ein bisschen durch. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital ist hier weiter angestiegen, die Kapitalrendite steigt weiter, auch die Eigenkapitalrendite steigt weiter. Also auch der Kapitalumschlag ist hier relativ positiv mit 0,5, das passt allerdings an, das passt schon mal alles. Das heißt, rein von der Rentabilität ist das Unternehmen sehr gut aufgestellt. Weil einzig auf der Schuldenseite gefallen mir die kurzfristigen Verbindlichkeiten, die hier immer weiter ansteigen, gefallen mir im Prinzip nicht. Wären hier langfristig höhere Schulden im Vergleich zu kurzfristigen Verbindlichkeiten eigentlich aktionärsfreundlicher als das, was wir jetzt hier sehen. Deswegen haben wir hier in der Gesamtbewertung in der Aktienanalyse für den Bereich Finanzen auch 20 von 27 Punkten in unserer Aktienanalyse vergeben, weil das Unternehmen zwar stabil und rentabel wächst, auf der anderen Seite das Ganze allerdings mit einem Restrisiko bleibt aufgrund der relativ hohen kurzfristigen Verschuldung. Das hat bisher allerdings keinen Einfluss auf die Finanzstabilität des Unternehmens gehabt. Hier im Petrovski Airscore 8 von 9 Punkten, zeugt von einer relativ hohen, einer sehr hohen Finanzstabilität in diesem Unternehmen. Und das natürlich auch nicht zuletzt aufgrund des sehr, sehr guten operativen Ergebnisses, das wir gesehen haben. Und das, was wir bisher besprochen haben, das wird am Markt natürlich auch ganz klar honoriert. Die Aktie ist mit einer der stabileren Aktien im S&P 500, hat nur 2022 in dieser allgemeinen Marktkorrektur hier ungefähr 27% abgegeben, wo der Gesamtmarkt im Prinzip allerdings auch hier im Bereich dieser Range gewesen ist und ist in einem ruhigen Umfeld ein relativ stabiler Renditebringer. Und das schauen wir uns gerne auch mal hier anhand der Chartanalyse ein bisschen an, um eben jetzt auch ganz klar für uns bewerten zu können, ist die Aktie denn jetzt aktuell ein Kauf? Lohnt es sich, jetzt schon in die Striker einzusteigen? Oder sollte ich vielleicht noch ein bisschen warten? Schauen wir einmal kurz in die Chartanalyse rein. Die Aktie befindet sich hier in einem mittelfristigen, sehr stabilen Aufwärtstrend, der hier zwar zweimal kurz gebrochen, kurz getestet worden ist. Die Aktie ist im Prinzip hier allerdings direkt wieder rein in diesen mittelfristigen Trend, in diesen mittelfristigen Trend reingelaufen. Was man aber auch ganz gut erkennen kann, ist diese Seitwärtsphasen, die es hier zwischendurch immer mal wieder in dieser Aktie gegeben hat. Und das war meistens ein ganz guter Kaufzeitpunkt hier, um in diese Aktie einzusteigen. Das heißt, wir haben hier gar nicht mal so wirklich auf große Abverkäufe warten müssen. Und das war in der Vergangenheit immer ein relativ lukrativer Einstiegszeitpunkt. Wenn diese Aktie hier sich in diesen kurzfristigen, beziehungsweise hier auch mal mittelfristigen Seitwärtsphasen befunden hat, hat man von da aus eigentlich immer relativ gut nochmal 5, 10, 15 Prozent Rendite machen können bis zum Top hier oben hin. Und auch gerade sieht man sehr gut, dass die Aktie jetzt auch gerade wieder in so einem leichten Seitwärts-Trend hier oben ansetzt und möglicherweise den Trendkanal hier nochmal testen könnte oder dann vielleicht von hier aus einfach nochmal weiter in Richtung der oberen Trendlinie weiter wandern könnte von da aus. Das heißt, rein charttechnisch wäre das hier vielleicht auch gar kein so schlechter Einstiegszeitpunkt, hier nochmal in die Aktie mit reinzugehen. Und das ist natürlich nur die charttechnische Seite der Medaille. Wichtig zu wissen ist natürlich, ist die Aktie auf dieser Bewertung, auf diesem Preisniveau gerade überbewertet oder unterbewertet? Ist sie zu teuer oder ist sie nicht zu teuer? Und wenn wir da einmal in den Vergleich zum fairen Wert reinschauen, dann sehen wir schon, ja, die Aktie ist jetzt gerade mit plus 20 Prozent über dem fairen Wert hier bewertet. Das heißt, der Aufpreis, der Preisaufschlag auf dem fairen Wert liegt hier ungefähr bei 20 Prozent. Und das ist für einen Einstieg dann vielleicht doch etwas teuer. Wenn wir uns dazu einmal ein paar Multiples, ein paar Bewertungskennzahlen anschauen, dann ist das aktuelle KGV historisch hier noch im Bereich im Vergleich zur Branche, wo man sagen könnte, okay, das ist jetzt auch ein bisschen überbewertet, ist leicht überbewertet, aber alles noch in Ordnung. Wenn wir uns allerdings das Forward KGV anschauen, dann wird die Diskrepanz hier dann doch wieder etwas größer, wo man dann klar sagen kann, auch hier am Pack Ratio, ja, die Aktie ist aktuell vielleicht doch etwas zu teuer und es könnte sich lohnen, vielleicht hier auf einen Rücksetzer zu warten. Und deswegen haben wir auch hier in der Bewertung nur drei von acht Punkten gegeben, weil die Aktie jetzt doch relativ teuer ist. Die Frage ist natürlich, wer sorgt denn aktuell für einen solchen Kursanstieg? Und da schauen wir uns einmal ganz kurz die Top-Zukäufe der Hedgefonds und der Holdings von Hedgefonds an, die in der letzten Zeit nämlich deutliche Positionen in der Aktie aufgestockt haben oder nochmal nachgestockt haben. Und wenn wir uns das einmal so ein bisschen anschauen, dann sehen wir vor allem die Vanguard Group ist hier mit sehr, sehr großen Anteilen mit drin, BlackRock ist mit dabei, aber auch Capital Research Global Investors sind mit dabei oder auch bekannte Hedgefonds wie zum Beispiel Cottage Street Advisors, LSC ist auch mit dabei. Und da sieht man natürlich auch, wo die Bewertung aktuell herkommt, denn die meisten Hedgefonds und der Großteil der institutionellen Investoren sind sehr bullisch auf diese Aktie. Das sehen wir hier in diesem Stimmungsbild hier in der Sentimentanalyse. Vor allem die großen Big Player im Markt sind immer noch sehr bullisch auf diese Aktie. Es gibt eigentlich auch kaum Puts und kaum Shorts auf die Aktie in den Hedgefonds. Und ja, das macht die Aktie natürlich relativ teuer aktuell und das ist der Treiber des Preises dafür. Ist die Aktie denn jetzt aktuell Einkauf? Ein kleiner kurzer Disclaimer dazu. Ich habe die Aktie selber nicht im Depot. Ich habe sie auch nicht auf meiner Watchlist, einfach weil sie mir aktuell auch zu teuer ist. Den Einstiegszeitpunkt heute halte ich für etwas sehr überhastet, ein bisschen sehr überteuert. Hier würde es sich vielleicht einfach lohnen, ein bisschen abzuwarten und mal zu schauen, ob die Aktie nicht vielleicht doch nochmal in Richtung hier dieses Trendkanals laufen könnte und dann vielleicht kurzfristig hier in eine Gegenbewegung reinläuft. Und vielleicht kann man die Aktie dann zu einem besseren Kaufzeitpunkt hier bekommen. Möglicherweise irgendwo im Bereich dieses Abprallers hier oben, dieses Kurswiderstandes, den wir hier zuletzt gesehen haben, der auch die letzte Unterstützung gewesen ist für die Aktie. Vielleicht gibt es die Aktie dann hier für einen kurzen Nachlass, für einen kleinen Nachschlag nochmal ein bisschen günstiger zu kaufen. Das gleiche gilt übrigens auch für diese Unterstützungslinie hier unten außerhalb des Trendkanals. Das sollte die Aktie tatsächlich aus dem Trendkanal hier hinaus herausbrechen. Daher würde ich persönlich aktuell keine Position in dieser Aktie eröffnen. Ganz wichtig, beachte hier auf den Disclaimer, das ist keine Anlageberatung, keine Kauf- und Verkaufsberatung, sondern lediglich meine Meinung aufgrund der Analyse, die wir hier jetzt gesehen haben und erhoben haben. Und wenn du Probleme hast, Aktien zu analysieren oder überhaupt gar keine Zeit hast, dich mit deinem Depot oder mit der Aktienanalyse tiefgreifend zu beschäftigen, dann können wir dir da definitiv helfen. Du kannst die Analyse zu dieser Aktie einmal hier unten herunterladen und das ist auch der große, große Vorteil in einer Zusammenarbeit mit uns. Diese Analysen bekommst du von uns für dich zugearbeitet. Du musst dich nicht mehr stunden- oder tagelang mit der Aktienanalyse herumschlagen. Das Ganze machen wir nicht nur für dich, sondern wir betreuen natürlich auch dich und dein Depot strategisch, sodass du auch das Beste aus diesen Aktien, aus diesen Aktienanalysen herausholen kannst, um eben langfristig am Markt erfolgreich zu investieren. Wenn dich das interessieren sollte, schau gerne mal auf unserer Internetseite vorbei, auf www.joschua-halter.de. Buch dir da gerne auch mal ein kostenloses Beratungsgespräch und dann schauen wir mal, wie wir dich und dein Depot an der Börse effektiv betreuen können, sodass du deutlich, deutlich bessere Ergebnisse hast, als die du bisher schon an der Börse hattest. Und jetzt wünsche ich dir wie immer sehr viel Erfolg an der Börse und bis dahin viel Spaß hier auf unserem Kanal.